Hallo zusammen, zurück bei Little Nightmares. Ähm, also ich weiß immer noch nicht genau, wie wir da jetzt durch diese Tür kommen. Fakt ist, es muss Licht drauf scheinen. Ah, oh, oh. Gut, äh, mit der Taschenlampe geht's auch. Okay. Das war mir ein Zufall. So, was haben wir hier Feines? Haben wir irgendwelche Bilder? Mit irgendwelchen Gesichtern drauf. Ich weiß nicht, was die jetzt für eine Bewandtnis haben. Okay, hier haben wir auch diese beiden Statuen. Wir haben hier Knöpfe. Sind das die gleichen Bilder wie hier? Ich würde mal sagen, wir probieren es einfach mal. Das eine Gesicht habe ich doch gesehen da. Was ist denn? Das ist da. So, das habe ich doch schon mal gesehen. So, das ist das. ich glaube das hier auch und dass daneben auch das habe ich auch gesehen ganz einfach mal gucken wir einfach mal ob wir das bild da finden so dieses komische baby so einer mit der nase die mit der komischen nase habe ich gesehen ne der war dann doch nicht okay 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 alles klar der war dann doch nicht dann die dunkel den knopf drücken na und 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 die waren doch da oder muss ich die richtige reihenfolge treffen ne ne ach ne den da hinten den hatten wir glaube ich gar nicht ne oder hatten wir den vorhin an ich weiß es nicht mehr also verdammt Bis dahin war ja alles in Ordnung. Den haben wir eben ausgelassen, glaube ich. Ja. Den hatten wir aber auch. Okay. Und jetzt? Oder der daneben? Okay, dann probieren wir den daneben. Nochmal. Den. Den. Nee. Hä? Auch nicht. Ich glaube, der war das nicht. Jetzt sehe ich hier gar nicht mehr durch. Ich muss hier bestimmt eine Reihenfolge drücken. Also. Der mit dem dicken Gesicht, der mit der langen Nase. Dieses Babygesicht. Der alte. Und, ja. Also nochmal. Der mit der komischen Nase. Dieser mit dem Hut. So, der nicht. Aber der. So. Nummer eins. Dann dieses Babygesicht. Der hier. Der hier. War der dabei? Oder die Frau? Also den habe ich gar nicht gesehen. Okay, der ist auch dabei. Der hier aus der Ecke. Der da. Ja. Noch brennen sie alle. Der Typ doch in der Ecke. Der war doch dabei eben. Habe ich mich da jetzt verguckt? Da ist er. Da ist wieder so ein... Das ist doch wieder eine Falle. Seht ihr das? Bisschen Staub hier? Bisschen Geister. Oder Atem. Oder was das sein soll. Oh. Ja. Komm, schnell, 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 schnell. Oha, verdammt. Mh. Hä? Ich war doch im Schatten. Okay. Dann versuchen wir es einfach mit dem Sprung geradeaus erst mal. Nein. Ach, gemein. Ja gut, wo muss ich denn hin? Oder muss ich mich hinter den Sockel gleich kauern? Das kann natürlich auch sein. Das erste Mal ging es ja gut. Okay. Prof. Es ist ja gut. Aber wäre das wichtig. Ich glaube, es ist doch wieder so acomodulatif, wir würden Bye- niveau viele Dinge kommen. Mach mal. Ah- şey worse, wir würden座hesion? Okay, da ist ein Knopf und die Tür ist zu. Verdammt. Ah! Geschafft. Ah! Lauf! Huch! Geschafft! Okay, wir haben die Statue. So. So, jetzt gehen wir wieder nach unten. Diesen Raum mit den Sockeln, ne Moment mal, das war ganz unten gewesen. So, jetzt gehen wir wieder nach unten. So, was haben wir hier im Boden? Dreieck, rauf da. Oh, Stromausfall. Okay, jetzt fehlt uns nur noch ein Kreis. Die Musik hat aufgehört. Oh oh. Hier rannte auch eben irgendwas Kleines rum, seht ihr das? Da flitzen lauter kleine Sachen rum. Okay, wir haben Angst vor Licht. Alles klar. Komm mir nicht zu nah. Ey, du dummes Ding. Aber wir können jetzt an den Schlüssel ran. Ziehle mit Taschenlampe? Ja, okay. Okay, ich kann die richtig kaputt machen. Alles klar. Ich glaube, ich muss die erst alle erledigen, ehe ich da zum Schlüssel hochkomme. Mach mal erst das. Okay, Nummer eins. Wow Ah! Na! Menü! Warum macht der denn die Lampe aus? Ja! Na, aber was soll denn das? Ja! 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 Mach die Lampe dann aus! Warum macht der die Lampe aus? Mach die Lampe doch nicht aus! Jetzt hat die Lampe nicht ausgemacht, aber... Wie kriege ich das denn hin, dass die nicht beide mich auf einmal angreifen? Ja! Ja, aber jetzt hat es ja fast geklappt und... Ja! 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 Das gemeine ist, wenn man auf... Jetzt weiß ich, was mein Fehler war. Wenn man auf den rechten Stick drauf drückt, denn jetzt liegt auch an und aus. Ja! 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 Komm, da ist noch einer angerannt. Komm, hier ist er hoch. So, okay. Kommt zur Seite. Aha. Und wie von hier? Nee. Okay. 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 Jetzt. So. Jetzt haben wir den Schlüssel. Hier haben wir den Schlüssel. Okay. Okay. Jetzt. 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 Ich renne auch schon wieder so eine kleine Schattenbiest da rum. Okay. Okay. Leute. Aber. Bevor ich hier aufschließe. Würde ich sagen, für heute war es das. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüssi. Tschüssi. серь practitioners. Tschüssi.